hallo leute und willkommen zurück zu let's play minecraft die weihnacht edition zum weihnachtshetsplay ich bin jetzt voll in die aufnahme reingestoppert ich habe jetzt keinen plan was ich gerade machen will wir werden weitermachen mit der kirche zuerst jetzt geht's los also wir werden ja das sage ich jetzt ich bin fast tot das ist auch gut also wir werden jetzt wieder weiter terrorformen würde ich einfach mal sagen ja wie ich das gestern gesagt habe im netzplay ich hole jemanden dazu also ich nehme das jetzt einen tag später auf als am 6 wir sind dann nicht mehr dazu gekommen das war gestern noch was aufgenommen hätten hätte ich weiß ich was deswegen bin ich halt wieder alleine weil ich gesagt habe ich hole steffen oder so dazu gut ja das sollte man vermeiden wir werden hier heute weiter bauen habe ich schon mal gesagt aber egal das ist glaube ich seit langem jetzt wieder das erste mal weihnachten wo ich nicht dabei war den baum zu kaufen ja nächstes jahr wieder vielleicht mal schauen gut ich weiß jetzt gar nicht wie weit wir das überhaupt machen ich denke ich werde das jetzt hier mal so ganz einfach hier andeuten ja das ist jetzt ja die beiden bäume müssen weg dann können wir hier also keine angst es bleibt nicht zu komisch schwer geht das werde ich dann eh noch ändern aber nur dass wir mal den grundriss haben war gut dass wir die ganze erde irgendwie aufgehoben haben von da drüben weil ich glaube wir brauchen sehr viel erde immer diese maus ich so ich schaue halt sowieso ein bisschen auf amazon vielleicht bestelle ich wirklich eine neue weil das geht echt nicht freche dass das gleich beschweren so es ist wieder dunkel ich glaube wir werden ich weil ich nicht immer schlafen gehen will alle paar minuten das gebe dann ihr wisst eh wohin wir leuchten das ein bisschen aus dann geht es auch was habe ich in die helligkeit wenn das überhaupt hier wird das sein viel heller oder hat sich dazu etwas verändert ne nicht unbedingt aber egal hier haben wir etwas gut 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 also wir fällen jetzt mal hier aber wir müssen sogar drei bäume fällen den anderen da auch noch also den da ja und hier noch auch ein paar naja egal haben wir wenigstens holz mal sehen wie lange ich die session heute mache und mal schauen mal sehen wie lange ich die session heute mache und mal schauen im weiners lp hatten wir jetzt glaube ich nie ein gast dabei oder akustisch ich weiß es jetzt gar nicht ich glaube nicht ich schreibe jetzt mal kurz dem nick ob der ts kommt so habe ihn geschrieben vielleicht ist er in der nächsten folge dabei kann ich nicht sagen weil ich weiß gar nicht ob du zu hause ist aber man kann ja mal fragen ich kann halt sowieso nicht egal zutage mit her sein weil ich muss lernen gut das sollte jetzt natürlich nicht wissen was der jetzt geschrieben hat aber er hat gesagt er kann ich kommt gleich das heißt ich werde das heute vielleicht hier bei dieser einen folge jetzt belassen und dann nehme ich halt noch was auf also die session hier jetzt mache ich noch eine folge lang und dann halt die nächste was ja dann eigentlich keine session ist wenn ich eine folge noch mache aber egal ihr wisst was ich meine und dann ist es gut so ja obwohl der auch weg gehören würde naja so so viel holz ich habe schon wieder geglaubt werden schon wieder viel zu viel ich meine es ist sowieso schon viel zu viel aber eigentlich nicht weil das können wir brauchen für die kirche so entschuldigung moment mal ja irgendjemand hat mir wieder geschrieben tut mir leid weil ich das jetzt so noch nicht mehr zwei minuten egal wir haben wenigstens was zu tun so 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 dann müssen wir den noch fällen achso ich habe die neue auch egal was soll man machen ich weiß ich hätte es eine wunderschöne treppe hier gehabt und ich habe es irgendwie weg gemacht so eine haben wir noch das geht sich glaube ich hier aus so so ja den lassen wir glaube ich naja ja schauen wir noch aber das interessiert uns jetzt noch nicht würde ich sagen und hier fehlt also ist noch irgendwas glaube ich ja übersehen das übersieht man bei den großen so oder euch das ist Wahnsinn so hier Terraformen und so ja genau hm ja irgendwie wird das schon was ja ich kann mich noch erinnern ich überziehe ich kann mich noch erinnern ich überziehe ne ich bespreche das mit euch das nächste mal so das setze ich jetzt noch fertig gut dann würde ich sagen sehen wir uns dann morgen wieder ich weiß nicht was für ein Datum bei euch gerade ist aber ist ja auch egal gut dann danke fürs zusehen und einen screenshot mache ich noch glaube ich ja so danke fürs zusehen und bis zur nächsten Folge oder zum nächsten was auch immer wir machen ciao Leute